Hallo, in diesem Video werde ich das SwitchBot Lock Pro testen und mit dem Vorgängermodell vergleichen, welches ich fast seit über einem Jahr an meiner Haustür befestigt habe. Anschließend gebe ich noch meine Meinung dazu. Bevor wir loslegen, möchte ich erwähnen, dass mir dieses Produkt von SwitchBot kostenlos für dieses Review zur Verfügung gestellt wurde. Aber keine Sorge, ihr bekommt wie immer meine ehrliche Meinung zu dem Produkt. In der Box befindet sich neben dem SwitchBot Lock Pro eine Bedienungs- und Montageanleitung sowie ein Montageklebestreifen, Schrauben inklusive passendem Imbusschlüssel. Darunter befinden sich unterschiedliche Adapteraufsätze für Türschlösser sowie zwei Adaptermontageplatten inklusive Klebestreifen. Das SwitchBot Lock Pro besteht im Vergleich zum Vorgänger zum Großteil aus einer schwarzen Aluminium-Magnesium-Legierung, was das Produkt auch schwerer, aber dadurch auch deutlich wertiger erscheinen lässt. Einige Bauteile bestehen jedoch weiterhin aus Kunststoff. Der größte Funktionsunterschied zum Vorgängermodell besteht in dem neu vorhandenen Druckknopf, welcher bei Betätigung das Schloss ver- oder entriegeln kann. Das kann besonders praktisch sein, wenn man die Hände gerade voll hat. Beim Vorgängermodell musste man das Schloss noch manuell drehen, wenn man gerade nicht auf eine der smarten Entriegelungsmöglichkeiten zurückgreifen kann. Eine der besten Neuerungen des SwitchBot Lock Pros ist, dass man für die Stromversorgung vier normale 2A-Batterien verwenden kann, welche auch laut Datenblatt eine höhere Laufzeit haben als zuvor die verwendeten CR123A-Batterien. Die Batterielaufzeit für das SwitchBot Lock Pro beträgt 9 Monate bei 10 Ver- und Entriegelungen am Tag. Beim Vorgängermodell waren das nur 6 Monate bei gleichen Entsperrungen. Auf der Internetseite bewirbt man das SwitchBot Lock Pro noch mit einem zusätzlich erwerbbaren Akkupack, welches eine 12-monatige Akkulaufzeit haben soll. Der Akkupack kostet auf der SwitchBot Webseite 19,99 Euro. Und hier hören auch die Änderungen zum Vorgängermodell auch schon auf. Sämtliche anderen Funktionen sind identisch. Das Schloss kann auch komplett alleine betrieben werden, ohne zusätzliches Zubehör. Jedoch sind dann die Entsperrmöglichkeiten eher beschränkt und nicht sonderlich praktisch. Im Standalone-Betrieb kann man das Schloss über die SwitchBot App via Bluetooth entriegeln und verriegeln. Ansonsten waren das die Entsperrmöglichkeiten für den Standalone-Betrieb. Für mehr Entsperrmöglichkeiten gibt es das Keypad, das Keypad Touch und den SwitchBot Hub. Wie du sehen kannst, sind viele der Entsperrmöglichkeiten mit dem SwitchBot Hub oder mit einem Keypad möglich. Ich persönlich empfehle nur das Keypad Touch, da man hier am meisten Entsperrmöglichkeiten bekommt. Weiteres zu meiner Verwendung des SwitchBot Locks erzähle ich später. Das SwitchBot Lock Pro ist auch Meta-kompatibel. Hierfür benötigt man entweder den neuen Hub Mini mit Meta oder den Hub 2. Für eine Amazon Alexa oder eine Google Home Integration reicht jedoch der alte Hub Mini oder der Hub 2. Wenn wir uns jetzt nochmal die Sicherheitsfunktion anschauen, sind zeitbestimmte Verriegelungen, automatische Sperre bei falschem Passwort oder Fingerabdruck, Türstatuswarnungen oder Warnungen bei niedrigem Akkustand, alle mit einem Hub verbunden. Wenn ihr das SwitchBot Lock Pro ohne einen Hub verwendet, könnt ihr auch diese Funktion leider nicht nutzen. Die Montage des SwitchBot Lock Pro ist meiner Meinung nach noch einfacher als die des Vorgängers, da sich die Adapterplatte B direkt ohne Kleben am Schließzylinder befestigen lässt. Adapterplatte anheben, die drei Schrauben anziehen, Schlüssel einstecken, SwitchBot Lock Pro aufstecken und mit den mitgelieferten Schrauben fixieren. Fertig. Die Einrichtung in der App ist ebenfalls sehr einfach. Entfernen der Batterielasche oder erneutes Einsetzen der Batterien, am Handy Bluetooth aktivieren, in der SwitchBot App auf das Plus-Symbol in der oberen rechten Ecke tippen und dann auf Gerät hinzufügen tippen, SwitchBot Lock Pro auswählen und auf Verbinden tippen. Gebenenfalls wird noch ein Firmware-Update durchgeführt. Danach das SwitchBot Lock Pro noch benennen und einem Raum zuordnen. Anschließend wird noch eine Anleitung angezeigt für die Kalibrierung des SwitchBot Lock Pros, bei welcher man lediglich den Anweisungen der Anleitung folgen muss. Und danach ist das SwitchBot Lock Pro auch schon fertig einsatzbereit. Man kann, wenn man möchte, natürlich noch das SwitchBot Lock Pro mit einem Hub oder auch mit dem Keypad verbinden. Vermutlich jeder, der mit dem Gedanken spielt, sich ein smartes Türschloss zuzulegen, hat schon mal an das Thema Sicherheit gedacht. Daher möchte ich auch, wie bereits in dem Video von dem Vorgängermodell, das Thema kurz anschneiden. Wer das Schloss mit einem Hub verbindet, kann dieses über die SwitchBot App von überall steuern. Heißt, sollte ein Hacker Zugriff auf dein SwitchBot Konto bekommen, kann dieser das Schloss entsperren. Und habt ihr das SwitchBot Lock Pro gleich über euer SwitchBot Konto auf der SwitchBot Webseite bestellt, dann weiß auch der Hacker, wo ihr wohnt. Hast du auch Innenraumkameras von SwitchBot? Dann weiß auch der Hacker, wann du zu Hause bist und wann nicht. Daher mein Ratschlag, ein sicheres Kennwort ist hier ein Muss, da SwitchBot leider immer noch keine Multifaktor-Authentifizierung für das SwitchBot Konto hat. Die Kommunikation zum Schloss ist mit AES 128 verschlüsselt, was die Funkstrecke über Bluetooth sicher gestaltet. Zudem ist noch zu erwähnen, dass die eingeschränkte Bluetooth-Reichweite ebenfalls eine gewisse Sicherheit mit sich bringt. Ob man mit Spezialtools die Bluetooth-Verbindung des SwitchBot Lock Pros hacken kann, habe ich natürlich nicht ausprobiert. Jedoch kann man auch mit Spezialwerkzeug und etwas Übung auch ein herkömmliches Schloss von außen öffnen. Statistisch gesehen sind jedoch Einbrecher so schlau, dass sie eher offene Fenster oder Terrassentüren ausnutzen. Kein elektronisches Schloss ist absolut sicher, da es immer eine Möglichkeit gibt, es zu überwinden oder zu hacken. Daher ist es meiner Meinung nach ratsam, zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zu installieren, zum Beispiel eine Überwachungskamera, Alarmanlagen, Türkontaktsensoren oder auch einen Tür-Sicherheitsriegel. Ich betreibe mein SwitchBot Lock und mein SwitchBot Lock Pro ohne einen Hub und entsperre diese nur über das Keypad Touch. Diese Kombination funktioniert komplett offline ohne das Internet über die gesicherte Bluetooth-Verbindung. Zudem habe ich im Innenbereich und auch im Außenbereich Kameras positioniert sowie die Türen mit Kontaktsensoren ausgestattet. Für meine Betriebsweise ist der einzige Nachteil, dass ich so leider keine Warnmeldungen über niedrigen Batteriestand bekomme. Daher muss ich das leider etwas im Auge behalten. Beim SwitchBot Lock hat sich angedeutet, dass die Batterie einen niedrigen Stand hat, da die Fallenfunktion nicht mehr so zuverlässig funktioniert hat. Um sich nicht komplett auszusperren, macht es natürlich trotzdem Sinn, einen Schlüssel bei sich zu haben. Daher solltet ihr vor der Installation natürlich darauf achten, dass ihr einen Schließzylinder habt, wo auch zwei Schlüssel gleichzeitig drehen können. Schauen wir uns die Vor- und Nachteile an. Hier ist natürlich hervorzuheben die einfache Installation, das neue und moderne Design, eine Benutzerfreundlichkeit in der App und Handhabung vom SwitchBot Lock Pro sowie auch der Preis mit 139,99 für das SwitchBot Lock Pro, was natürlich deutlich günstiger ist als die Konkurrenz von Nuki oder Yale. Unter Nachteilen kann man hier anordnen, dass man für viele der Funktionen einen Hub benötigt. Wenn man das SwitchBot Lock Pro so verwendet wie ich, dann muss man immer ein Auge auf die Akkulaufzeit haben, da man sonst vor verschlossener Tür stehen bleibt. Mein größter Kritikpunkt ist jedoch, dass es immer noch keine Multifaktor-Authentifizierung für das SwitchBot Konto gibt. Wir haben 2024 und das ist absoluter Standard. Also mein Fazit. Nach wenigen Wochen Nutzung des SwitchBot Lock Pros kann ich sagen, dass es ein gelungenes Upgrade zum Vorgängermodell ist. Das Gerät macht optisch einen sehr hochwertigen Eindruck und lässt sich einfach montieren. Das Vorgängermodell hat sich fast seit einem Jahr an meiner Haustür bewährt. Für mich ist es einfach sehr praktisch, wenn man mal laufen geht, dass man nicht immer einen schweren und dicken Schlüsselbund in der Hosentasche mit sich tragen muss. Ich wünsche mir, dass SwitchBot sehr bald eine Multifaktor-Authentifizierung für die App nachlegt, sodass man auch mit einem guten Gewissen das SwitchBot Lock mit einem SwitchBot Hub betreiben kann. Wenn du jetzt Interesse an ein SwitchBot Lock Pro oder Zubehör hast, schau gerne in den Links in der Videobeschreibung. Aktuell erhaltet ihr noch für kurze Zeit einen 20 Euro Rabattgutschein auf Amazon für das SwitchBot Lock Pro und Bundles. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.